Unboxing von HSPV-Klausuren, heute die Klausur von gestern, 4.2.2021, die dritte Wiederholungsklausur des Einstellungsjahrgangs 2019. Was wartet hier auf uns? Fünf Seiten inklusiv Anlagen, sagt man uns. Es geht um einen Fall mit einer Schule. Die Lönsberg-Grundschule liegt in der ländlich geprägten nordrhein-westfälischen Stadt Du. Wer kennt sie nicht? Du ist das Duisburg, ländlich geprägt. Man weiß es nicht, man will es uns auch nicht verraten, also machen wir uns auch keine Gedanken darüber. Es ist eine einzügige Schule. Es gibt wenige Anmeldungen, nur noch zehn Schulanfänger, die übrigen Klassen durchschnittlich mit 23 Schülern besetzt. Wir haben also hier modernste skandinavische Schulverhältnisse. Da kann sich natürlich niemand drüber beklagen. Die Stadt will aber diese Schule auflösen und hat eine ordnungsgemäße Anhörung diesbezüglich gemacht. Nicht nur, weil sie sparen will, wirtschaftliche Nutzung, sondern auch, weil sie die Räumlichkeiten anderweitig verwenden möchte. Möglicherweise für ein Corona-Impfzentrum, aber das wird uns auch nicht verraten. Diese und die weitere Begründung veröffentlicht sie mit der Entscheidung, die Lönsberg-Grundschule aufzulösen. Amtliche Bekanntmachung, korrekte Rechtsbehelfsbelehrung. Und dann gibt es da noch die Dinnendal-Schule. Dinnendal, war das nicht der Erfinder der Dampfmaschine? Was ist ein Dampfmaschinen? Vielleicht spielt das Ganze auch nicht in Du, sondern in E. Lönsberg, wer kennt den Lönsberg? Wir wollen uns nicht auf gedankliche Abwege begeben, sondern den Sachverhalt weiter durchschauen. Da sind die Eltern. Das Schulkind S. Kommen angehelikoptert und sagen, nein, man darf diese Schule nicht auflösen, denn unser Kind müsste fortan 1,5 Kilometer entfernt in die Dinnendal-Schule wechseln. Das ist unzumutbar für unseren Drittklässler. Im weiteren im Wesentlichen Mi, Mi, Mi. Elterliche Rechte. Zu bestimmen, welche Schule die beste für ihr eigenes Kind ist. Wohl, wohl. Die Stadt hält die Einwände für unbegründet. Das ist eine bloß innerorganisatorische Maßnahme. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Fußweg ist sicher, Ampeln und überhaupt. Grundschulausbildung, selber Klassenverband. Also die wechseln dann im Kollektiv an die Dinnendal-Schule. Und überhaupt, welche Rechte sollen denn hier betroffen sein? Und oha, auf Tatbestandsseite ein Beurteilungsspielraum. Ja, das ist doch was Feines. Okay, das ist der Sachverhalt. Eine Schulauflösung. Und hier sind ein Schüler und die Eltern und auch die Lehrer am Start. Und Aufgabe 1, 2, 3. Wir haben hier drei Aufgaben. Aufgabe 1. Prüfen Sie die VA-Qualität. Und zwar interessante Schriftartengestaltung hier. A. Gegenüber den Eltern. B. Gegenüber dem Schüler. C. Gegenüber den Lehrern, die alle Beamte sind. B. Gegenüber den Lehrern, die alle Beamte sind. Aufgabe 2. Unterstellen Sie, es sei ein VA. Prüfen Sie nun die Rechtmäßigkeit. Ja, typische Konstruktion. Erst eine VA-Prüfung, dann eine Rechtmäßigkeitsprüfung. Aufgabe 3. Unterstellen Sie, dass Sie in Aufgabe 1 A bis C zu unterschiedlichen Lösungen gekommen sind. Aufgabe 1 A bis C waren diese Personengruppen. Okay. Also angenommen und wir unterstellen, wir hätten beispielsweise gesagt, gegenüber den Eltern ist es ein VA, gegenüber den Lehrern nicht oder so. Das unterstellen wir jetzt in Aufgabe 3. Wie ist damit umzugehen? Sehr offene Frage. Zusatzfrage. Begründen Sie Ihre Antwort. Bearbeitungshinweise. Es ist nur relevant, was hier abgedruckt ist. Einzügig. Verstehen wir schon. Die zuständige Behörde ist zuständig. Formale Vorgaben. Bearbeitungshinweis 4 zielt auf den 37.3. Das ist im Lot. Gut. Ja. So, dann haben wir abgedruckt ein fiktives Schulverwaltungsgesetz. Geltungsbereich. Öffentlich-rechtliche Schulen sind nicht rechtsfähige Anstalten des Schulträgers. Aha. 71. Ist wichtig. Der Schulträger hat Schulen nach Maßgab des Bedürfnisses zu errichten oder aufzulösen. Er bedarf hierzu der Genehmigung. § 72. Ein Bedürfnis besteht bei mindestens einzügiger Gliederung und 30 Schüler gelten als eine Klasse. Und dann das real existierende Schulgesetz 42 ist die Norm, die das Schulverhältnis regelt. Zwischen Schüler und Schule kommt ein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis zustande mit Rechten und Pflichten beiderseits. Und die Eltern sind in Absatz 4 genannt. Die wirken da auch mit und sorgen dafür, dass das Kind die Pflichten erfüllt. Und dann haben wir in 57 noch Lehrerinnen und Lehrer, die auch an der Gestaltung des Schullebens mitwirken und so weiter. Und 25 Landesbeamtengesetz. Die Versetzung ist die Übertragung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle. Okay. So. Das ist also der Sachverhalt. Drei Aufgaben. Unboxing. Schulauflösung. Aufgabe 1. VA-Prüfung. Wir haben natürlich den § 35, den wir hier prüfen müssen, mit seinen Tatbestandsmerkmalen. Hoheitliche Maßnahme einer Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zur Regelung eines Einzelfalls mit Außenwirkung. So. Kurz zur Überlegung bezüglich des Aufbaus. Wir sollen ja, was vielleicht überraschend ist, in drei verschiedene Adressatenrichtungen prüfen. Und man hat uns ja aufgegeben, ABC. Guck mal, ob das ein VA ist gegenüber dem Schüler, den Eltern und den Lehrern. Jeweils separat. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, inwieweit spielt das eine Rolle? Mache ich jetzt drei separate VA-Prüfungen? Oder bei welchem Merkmal kann das überhaupt unterschiedlich ausfallen? Und da würde ich jetzt mal sagen, das kann bei dem Merkmal der Regelung, das kann auch bei dem Merkmal der Außenwirkung sein. Denn es kann sich ja höchstens die Betroffenheit dieser Personen unterscheiden. Nämlich, ob sie der Wirkung dieses Verwaltungsakts ausgesetzt sind. Und das kann entweder an der Regelung oder an der Außenwirkung hängen. Wir haben aber ein und dieselbe Behörde. Das wurde ja hier auch gesagt, die zuständige Behörde der Stadt Du. Das ist also ohne weiteres zu bejahen und zwar einheitlich zu bejahen. Es ist auch eine hoheitliche Maßnahme. Das heißt, eine einseitige Maßnahme, ein aktives Tun. Keine Frage. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ist es auch, weil die einheitliche Rechtsgrundlage der 71 Schulverwaltungsgesetz. Haben wir hier für eine richtige Abkürzung? Mal gucken. Schulverw-G. Machen wir dann auch schön. Schulverwaltungsgesetz ist die Rechtsgrundlage. Man könnte jetzt darüber nachdenken, ob wir gegenüber den Lehrern eine andere haben. Haben wir aber nicht, weil der Sachverhalt sagt, die Versetzung, die ja dann auf dem Beamtengesetz beruht, die kommt erst einen Schritt später. Das heißt, diese Maßnahme ist jetzt einheitlich auf 71 gestützt. So. Das war jetzt alles easy going. Einzelfall stellen wir mal zurück. Und gucken uns erst mal die Regelung an. Also, Regelung heißt, Definition unmittelbar auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet. Und unterscheidet sich vom Realakt, der eine rein faktische Wirkung hat. Und jetzt sollen wir ja in drei Beziehungen gucken, ob die Regelung sich möglicherweise unterscheidet. Und genau das gleiche auch bei der Außenwirkung. Gucken wir mal. Na, das ist jetzt alles hier konzeptionell, was ich jetzt mache. Wir gucken mal, was davon dann am Ende relevant ist. Regelung heißt, es gibt eine rechtliche Wirkung. Es werden Rechte oder Pflichten begründet, geändert, aufgehoben, versagt, verbindlich festgestellt. Jetzt haben wir hier mit einer Schulauflösung zu tun. Und mit dieser Schulauflösung endet erst einmal, wenn wir das hier gesehen haben, das Schulverhältnis, das nach 42.1 zwischen der Schülerin und dem Schüler und der Schule besteht. Da es diese Schule jetzt nicht mehr gibt, endet auch das Schulverhältnis. Das Schulverhältnis ist eine Rechtsbeziehung, aus der sich ja hier, wie es steht, Rechte und Pflichten ergeben. Deswegen würde ich mal sagen, recht deutlich gegenüber dem Schüler endet das Rechtsverhältnis. Und das ist eine rechtliche Wirkung. Frage, gibt es auch eine Rechtsbeziehung zu den Eltern? Meiner Meinung nach könnte man jetzt hier auch auf den 42 gehen und sagen, 42.4 bezieht ja die Eltern ein. Die Eltern sind ja jetzt keine eigenständigen Personen in diesem Sinne, sondern es sind die Eltern der Schüler und haben als solche eine Pflichtenstellung, nämlich wirken an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mit, sorgen dafür, dass ihr Kind seine schulischen Pflichten erfüllt. Das heißt, sie haben ein ersetztes Recht der Mitwirkung. Sie haben andererseits die Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Kind seinerseits seine Pflichten erfüllt. Das heißt, man könnte hier begründen, da auch diese Rechts- und Pflichtenstellung an eine Schule geknüpft ist, nämlich diejenige, die ihr Kind besucht, könnte man sagen, wir haben hier auch eine rechtliche Wirkung, weil damit die Rechte- und Pflichtenstellung der Eltern gerade in Bezug auf diese Schule beendet wird. Man kann auch sagen, und das ist der Hintergrund, der verfassungsrechtliche Hintergrund, wir gehen hier auf Artikel 6, das elterliche Erziehungsrecht, was in einem Spannungsverhältnis steht zur Schulpflicht, und würden dann sagen, die Eltern, wie sie hier auch im Sachverhalt argumentieren, wir haben ein Recht darauf, mitzubestimmen, welche Schule unser Kind besucht. Es gibt Gerichtsurteile, die gehen so weit und sagen, auch der Schulweg ist davon erfasst, dass nämlich dieses Recht, auf den Schulbesuch Einfluss zu nehmen, voraussetzt, dass eine Schule in zumutbarer Entfernung gegeben ist. Aber ich denke, man kann ganz gut begründen, vielleicht mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, dass es hier sich jeweils um Regelungen handelt. Letztlich wird man dieselbe Argumentation auch bei den Lehrern ansetzen können. Auch bei den Lehrern ist es so, dass die im Schulgesetz ja eine Rolle haben und diese Rolle auch auf eine Schule bezogen ist, an der sie eingesetzt werden. Sie wirken an der Organisation der Schule mit, an der Gestaltung des Schullebens, so sagt es der 57. Und unabhängig davon, ob wir jetzt auf die Versetzung gehen oder nicht, das machen wir im Moment noch nicht, würde ich sagen, jo, wir haben hier auch eine Regelung in Bezug auf die Lehre. Bei diesen Überlegungen haben wir jetzt im Grunde schon, dadurch, dass wir gesagt haben, es gibt eine Regelung gegenüber dem Schüler, den Boden dafür bereitet, auch die Außenwirkung anzunehmen. Aber die Außenwirkung müssen wir natürlich erst mal noch eigenständig begründen und sagen, Außenwirkung heißt ja, die Maßnahme, die wir hier auf ihre VA-Qualität hin prüfen, hat eine Rechtswirkung, das haben wir gerade festgestellt, und diese Rechtswirkung tritt ein in einem anderen Rechtskreis als dem der Behörde, die die Maßnahme erlässt. Der Rechtskreis der Behörde, die die Maßnahme erlässt, ist die Stadt Du. Und die Rechtswirkung haben wir gerade festgestellt, differenziert gegenüber diesen drei Personengruppen. Und wir müssen jetzt feststellen, dass diese Rechtswirkung in einem Rechtskreis eintritt, der sich von dem der Stadt unterscheidet, nämlich im ersten Fall im Rechtskreis des Schülers, im zweiten Fall im Rechtskreis der Eltern, im dritten Fall im Rechtskreis der Lehrer. Es ist, glaube ich, relativ unproblematisch, hier bei dem Schüler und bei den Eltern die Außenwirkung zu bejahen. Trotzdem machen wir uns das jetzt noch mal eben bewusst. Wir haben hier ja eine relativ typische Fallkonstellation, nämlich das Schulverhältnis, was in puncto Außenwirkung problematisch ist, weil man dort unterscheiden muss, einerseits zwischen internen Maßnahmen, die nur den Schulbetrieb betreffen, wo es eben um organisatorische Dinge geht, einerseits, das sind keine Verwaltungsakte, und andererseits Maßnahmen, die in die persönliche Rechtsstellung der Schüler eingreifen, die nicht nur den Betrieb betreffen, sondern entweder das Grundverhältnis zu der Schule betreffen oder in anderer Weise auf die insbesondere Grundrechte des Schülers einwirken. Und jetzt kann man hier sagen, die Auflösung einer Schule beendet ja komplett das Schulverhältnis, das ist also eine Maßnahme, die das Grundverhältnis berührt. Man kann auch sagen, dadurch, dass sich jetzt auch der Schulweg ändert und so weiter und so fort, sind wir hier auch in den Grundrechten, allgemeine Handlungsfreiheit oder sowas, aber ich würde hier mit der Begründung auf das Grundverhältnis eingehen. Grundverhältnis zur Schule, die Schule wird aufgelöst, das Grundverhältnis endet, und insofern ist die Außenwirkung hier plus. Bei den Eltern können wir die gleiche Argumentation führen, nur halt auf die elterliche Ebene verlagert, dass auch diesbezüglich das Grundverhältnis ihres Schülers in Rede steht, ihres Kindes, des Schülers. Und ich würde aber hier tatsächlich dann noch mal die Argumentation absichern und sagen, dass es zum Rechtskreis der Eltern gehört, dass sie auch eine Meinung und eine Gestaltung dahingehend vornehmen können, welche Schule das Kind jetzt besucht und dass es in einer zumutbaren Entfernung belegen ist. Ja, also sowohl das Grundverhältnis plus elterliches Erziehungsrecht Einflussnahme auf Schule Entfernung. Diesen Punkt kann man sicherlich auch anders vertreten. Ich denke, in Bezug auf den Schüler sollte die Regelung und Außenwirkung deutlich zu bejahen sein. Bei den Eltern ist eine differenziertere Argumentation jedenfalls nötig. Und ich glaube, dass man das auch anders sehen kann. So, jetzt können wir bei den Lehrern natürlich sagen, wir haben die Regelung bejaht, weil sie an einer Schule eingesetzt sind und an dieser Schule ihre Dienstpflichten erfüllen. Und das heißt jetzt aber noch nicht, dass das auch eine Regelung ist, die sie im Außenverhältnis betrifft. Gleiche Abgrenzung, geht es hier um innerbehördliche sozusagen dienstliche Verpflichtungen oder geht es um Dinge, die sie in ihrer persönlichen Rechtsstellung als Grundrechtsträger, als Person, die sozusagen der Behörde gegenüber steht, treffen. Und hier würde ich sagen, lässt sich die Außenwirkung besser verneinen, mit Hinweis darauf, dass erst die Versetzung Außenwirkung hat. Die Versetzung ist ja dann tatsächlich eine, das wissen Sie aus Ihrem Lehrbuch, eine beamtenrechtliche Maßnahme, deren VA-Qualität anerkannt ist, im Unterschied zur Umsetzung, weil es eine statusbezogene beamtenrechtliche Maßnahme ist, nämlich die Frage, wo wird hier die Dienstpflicht ausgeübt. Ja, Sie sehen das hier im 25.1. Übertragung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle. Solche Maßnahmen haben Außenwirkung, weil sie die persönliche Rechtsstellung des Beamten betreffen. Und dass hier vorher die Schule aufgelöst wird, hat diese VA-Qualität noch nicht, sondern ist eine innerorganisatorische Maßnahme. Hier entscheidet nämlich die Stadt, als Träger der Schule, darüber, welche Schulausstattung es geben soll, welche Schulen es geben soll. Ich denke, dass man das auch unterschiedlich vertreten kann, aber so würde ich es hier sehen. Das heißt, wir würden tatsächlich, wie uns ja auch Aufgabe 3 suggeriert hat, wir mussten dem ja jetzt nicht folgen, aber offensichtlich ist das Ergebnis nicht abwegig. Wir sind hier zu einem differenzierten Ergebnis gekommen. Außenwirkung besteht gegenüber Schüler und Eltern, nicht aber gegenüber dem Lehrer, den Lehrern. So, was ist jetzt hier mit dem Einzelfall? Die Maßnahme ist, also Einzelfall ist ja grundsätzlich erstmal definiert als konkret individuell. Konkret ist sie, bezieht sich auf die Schule. Individuell greift aber zu kurz. Man könnte jetzt natürlich sagen, es wird eine Entscheidung in Bezug auf die Schule getroffen. So ähnlich wie eine sachbezogene Maßnahme, Straßenwidmung oder solche Sachen. Dann wären wir aber schon bei einer Allgemeinverfügung. Und hier betrifft die Rechtswirkung der Maßnahme ja nicht nur die Schule an sich, sondern wie wir gesehen haben, beendet sie auch eine ganze Reihe von Schulverhältnissen und die zugehörigen Elternbeziehungen und auch die zwar innerorganisatorischen, aber gleichwohl Lehrerrechte. Das heißt, wir würden sagen, individuell ist sie eigentlich nicht. Mindestens mal hat sie einen individuellen Überhang, wenn wir jetzt sagen würden, es ist eine sachbezogene Entscheidung. Und das veranlasst uns jetzt, den Satz 2 zu prüfen und wir würden hier zu einer Allgemeinverfügung kommen. Nämlich, es geht hier um einen bestimmbaren, nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis. Allgemeine Merkmale wären einerseits, wer ist Schüler dieser Schule, zum anderen, wer sind Eltern der Schüler und zum dritten, wer ist Lehrer an dieser Schule. Also eine personenbezogene Allgemeinverfügung. Das heißt, unser Ergebnis wäre jetzt VA plus gegenüber S und den Eltern, nicht aber gegenüber Lehrern mangels Außenwirkung in dieser Rechtsbeziehung. Okay, kommen wir zur Aufgabe 2. Eine Rechtmäßigkeitsprüfung. Und zwar unterstellt, es sei ein Verwaltungsakt. Gut, da haben wir als Ermächtigungsgrundlage erster Prüfpunkt, dann die formelle Rechtmäßigkeit, dann die materielle Rechtmäßigkeit. Gucken wir nochmal, was war das nochmal für ein Paragraf hier. Der Ermächtigungsgrundlage ist der 71. Der Schulträger hat Schulen nach Maßgabe des Bedürfnisses aufzulösen. Paragraf 71 Schulverwaltungsgesetz. Formelle Rechtmäßigkeit, Zuständigkeit ist uns vom Sachverhalt und Bearbeitungshinweis her ja vorgegeben. Verfahren kein Problem. Anhörung ist erfolgt, ist aber bei einer allgemeinen Verfügung auch gar nicht erforderlich. Und 71 Satz 2 sagt, wir brauchen hier die Genehmigung, die ist dabei ja laut Sachverhalt auch erfolgt. Form auch kein Problem. Bekanntgabe muss man hier nichts zu sagen. Gibt es die Besonderheit im Amtsblatt bei allgemeinen Verfügung. Aber die Bekanntgabe ist ja keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung. So, materiell haben wir hier einen abundanten Tatbestand. Der Schulträger müssen wir hier nicht nochmal prüfen, weil wir das bei der Zuständigkeit haben. Hat Schulen, Schule liegt hier selbstredend vor. Auflösen ist eine taugliche Rechtsfolge. Nach Maßgabe des Bedürfnisses. Das heißt, wir haben hier ein einziges Tatbestandsmerkmal und das ist Bedürfnis. Und dann ist die Rechtsfolge hat aufzulösen. Und hier müssen wir jetzt zwei Dinge in den Blick nehmen. Also Bedürfnis ist natürlich erstmal ein unbestimmter Rechtsbegriff. Halten wir uns mal fest, müssen wir in der Lösung unbedingt erwähnen. Freut sich der Korrektor. Und ist natürlich auch hier mit Schlüsselbedeutung, denn es ist ja hier am Ende des Sachverhalts gesagt worden, seitens der Schule, seitens der Stadt, im Hinblick auf die Bestimmung des Bedarfs, wie auch die Entscheidung über deren Auflösung, stünde ihr als Stadt auf Tatbestandsseite ein Beurteilungsspielraum zu, dessen Grenzen nicht verletzt worden seien. Okay, also Argument Stadt, Beurteilungsspielraum auf Tatbestandsseite. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen, dass nämlich hier der 72 sagt, ein Bedürfnis besteht, wenn sie mindestens einzügig gegliedert ist. Dabei gelten 30 Schüler als eine Klasse. Also der 72 sagt, Bedürfnis besteht, mindestens einzügig 30 Schüler pro Klasse. Und hier können wir schon mal sagen, das wird unterschritten. Ja, wir haben keine 30 Schüler pro Klasse. Wir haben eine Einzügigkeit. Aber wir haben 30 Schüler nicht erreicht. Jetzt schon nicht und in Zukunft erst recht nicht. So, wie gehen wir jetzt damit um? Rein von der Subsumption her könnte man jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, naja, Moment, wenn nach Bedürfnis aufgelöst wird und das Bedürfnis nicht vorhanden ist, dann muss aufgelöst werden. Dann würden wir hier eine sehr, sehr einfache Prüfung fahren und würden sagen, der 72, der 71 sagt, es muss nach Bedürfnis errichtet oder aufgelöst werden. 72 füllt den Begriff Bedürfnis aus und sagt, Einzügigkeit heißt, ein Bedürfnis besteht. Und ich mache den Umkehrschluss, wenn ein Bedürfnis nicht besteht, muss ich auflösen. Das sagt diese Norm aber nicht und das wäre auch zu einfach und damit würden wir auch das Argument der Stadt ja unterlaufen. Offensichtlich sollen wir ja laut Sachverhalt, laut Argumenten im Sachverhalt hier eine Diskussion führen, gibt es hier einen Beurteilungsspielraum oder nicht. Und den kann es ja nur geben, wenn diese Entscheidung der Schule nicht vorprogrammiert ist. Das heißt, ich muss jetzt so eine Auslegung machen, dass ich mindestens mal sage, wenn ein Bedürfnis nach 72 nicht besteht, kann aber die Stadt dennoch beurteilen, ob sie gleichwohl ein Bedürfnis bejaht und sagt, auch unterhalb dieser Mindestgröße möchte ich eine Schule anbieten und ich sehe ein von mir so definiertes Bedürfnis dafür. Das ist mal so die erste auslegungstechnische Hürde. Ich würde also sagen, das wird unterschritten, hindert die Stadt aber nicht am Vorhalt einer Schule. Und dann müssen wir zu diesem eigentlichen Problem hier kommen. Das ist ein hoffentlich bekanntes, dogmatisches Problem, nämlich ich habe hier einen unbestimmten Rechtsbegriff, Bedürfnis. Und die Frage ist, ist dieser Rechtsbegriff einfach nur unbestimmt? Muss ausgelegt und angewandt werden und die Stadt hat keine Freiheit dahingehend, wie sie diesen Begriff versteht und wie sie ihn anwendet? Oder hat sie, was sie behauptet, einen Beurteilungsspielraum mit der Folge, dass sie der rechtlichen Kontrolle nicht entzogen, aber dass die vermindert ausgestaltet ist und sie einen Entscheidungsspielraum hat, nicht zu verwechseln mit dem Entscheidungsspielraum, den wir beim Ermessen haben. Wir sind hier auf der Tatbestandsseite, Beurteilungsspielraum auf Tatbestandsseite. Das kann man jetzt hier diskutieren. Aus Ihrem Lehrbuch wissen Sie, dass es solche Beurteilungsspielräume zum Beispiel gibt bei Beurteilungen, auch bei Klausurbewertungen und sowas. Hier und da gibt es auch einen planerischen Beurteilungsspielraum. Die Rechtsprechung erkennt den hier aber nicht an, wobei das alles ein bisschen komplexer ist. In der Rechtsprechung wird hier zum Teil ein Planungsermessen angenommen. Das war jetzt von Ihnen aber nicht zu verlangen, sondern Sie sollten jetzt hier sagen, gibt es hier einen Beurteilungsspielraum oder nicht? Wobei wichtiger für Ihre Rechtmäßigkeitsprüfung die Frage ist, ob die Stadt jetzt hier richtig entschieden hat. Und hier sehe ich jetzt tatsächlich ein Problem. Ich glaube, das Problem kann man sehen, dass nämlich bei der Ausfüllung dieser Bestimmung des Bedürfnisses die Stadt nicht Rechnung getragen hat, der Rechtslage, dass es auch hier Rechte der Eltern gibt, die berücksichtigt werden müssen. Wenn wir jetzt den Stimmen in der Rechtsprechung folgen würden und sagen würden, es gibt hier ein Planungsermessen und einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, dann ist es notwendig, dass auch alle Rechte, die in Rede stehen, berücksichtigt werden müssen. Und dann ist es ermessensfehlerhaft, wenn betroffene Rechte nicht berücksichtigt werden. Und das war bei der Stadt so. Sie hat nämlich gesagt, hey, ihr Eltern habt überhaupt keine Rechte. Wenn ich sage, ich lasse die Rechtsfolgenseite mal außen vor, das ist hier für mich eine gebundene Entscheidung, ich händle hier nur den unbestimmten Rechtsbegriff, dann muss ich aber natürlich bei der Auslegung dieses Begriffs auch berücksichtigen, welche Faktoren spielen denn bei der Beurteilung des Bedürfnisses rein. Und auch da würde ich jetzt beanstanden, dass die Schule, die Stadt nicht berücksichtigt hat, dass hier auch Elternrechte in Rede stehen. Ich gebe aber zu, dass dieser Gedankengang mit den Rechten der Eltern im Unterschied zu bloßen Interessenspositionen schon etwas fein ziseliert ist und auch vielleicht eher nahe liegt, wenn man etwas mehr prozessualen Background hat, den Sie jetzt von Ihrem Studienfortschritt her noch nicht haben. Kurze Erläuterung, im Hintergrund steht immer, hätten jetzt die Eltern zum Beispiel auch Klagerechte. Wenn Sie wirkliche, echte Rechtspositionen haben, dann können Sie auch klagen, weil man nur klagen kann, wenn man in eigenen Rechten betroffen ist, 42.2 VWGO. Das haben Sie alles noch nicht gehabt. Vielleicht ist es deshalb näher liegend, dass Sie sich jetzt wirklich losgelöst von der Frage, wurden die Interessen rechtlich richtig eingeordnet, also als Rechtsposition, dass Sie mehr darauf schauen, wie wurde jetzt hier in der Sache entschieden, liegt hier wirklich ein Bedürfnis vor und welche Abwägung hat konkret die Stadt gemacht. Und das halte ich auch für einen gangbaren Weg. Wenn wir den gehen, will ich das jetzt kurz skizzieren. Es ist nicht zu erwarten, dass Sie hier eine Definition für Bedürfnis liefern können, über das hinaus, was im Gesetz steht. Sie können da mit eigenen Worten etwas zu sagen, was Sie als Bedürfnis erkennen würden und würden dann konkret in die Abwägung einsteigen, in die Überlegungen, die die Stadt gemacht hat. Und da denke ich, hat der Sachverhalt es Ihnen hier serviert, dass das ordnungsgemäß abgelaufen sein soll. Das heißt, sowohl die Entscheidung überhaupt, jetzt die Schule aufzulösen, ist ja von vernünftigen Sachgründen getragen. Wir bewegen uns sowieso unterhalb der gesetzlichen Schwelle eines Bedürfnisses. Wir haben den Punkt der Wirtschaftlichkeit, wir haben den Punkt der Folgenutzung. Wir haben auch das schulische Interesse, was sich fachlich ja letztlich in der Mindestzahl der Schüler abbildet. All diese Kriterien zeigen, es ist überhaupt keine Willkürentscheidung, sondern eine sachlich begründete Entscheidung. Zumal das zuständige Gremium, wenn man das jetzt kommunalrechtlich betrachten würde, hier auch entschieden hat. Und nach der Rechtsprechung des OVG Münster ist auch immer all das notwendig, was der Rat für notwendig hält und vice versa. Und wenn wir uns jetzt die Argumentation der Eltern anschauen, wogegen die Schule ja dann noch einmal dagegen hält, dann können wir auch sagen, das sind alles Interessen und Gedanken, die zu berücksichtigen sind, aber in der Sache hat die Schule sie auch berücksichtigt. Sie hat sie nur nicht als echte Rechtsposition der Eltern erkannt. Und wir sind sicherlich weit davon entfernt, hier einen Fall der Unzumutbarkeit zu haben, wo man sagen würde, jetzt hat die Stadt hier wirklich ein Begriffsverständnis und eine Begriffsanwendung an den Tag gelegt, die einfach nicht mehr tragbar ist. Das heißt, man kann letztlich unterhalb der Frage, ob wir uns jetzt bei den Eltern um Rechtspositionen drehen oder nicht und ob die Stadt das richtig erkannt hat oder nicht, können wir die Einschätzung, das Verständnis und die Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs Bedürfnisses hier auch aufdröseln und würden da zu dem Ergebnis kommen. Das geht schon klar. Insgesamt ist es aber hier eine relativ offene Argumentation meines Erachtens. Man kann hier sicherlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich glaube, was hier wichtig war, war einfach diesen von Ihnen, Ihnen vom Sachverhalt her zugespielten Ball aufzugreifen und zu sagen, hey, was ist jetzt hier mit diesem Beurteilungsspielraum, was ist mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff. Wie gesagt, ich würde hier im Sinne einer High-End-Lösung würde ich tatsächlich sagen, unbestimmter Rechtsbegriff ohne Beurteilungsspielraum, Planungsermessen, in dem Zuge muss alles berücksichtigt werden, Eltern wurden nicht berücksichtigt. Jetzt für Ihren Horizont realistischere Lösung ist aus meiner Sicht auf der Rechtsfolgenseite kein Fass aufzumachen, sondern bei dem Wortlaut zu bleiben und zu sagen, hat aufzulösen, gebundene Entscheidung, das Problem liegt auf Tatbestandsseite. Dort haben wir einen unbestimmten Rechtsbegriff und dann diskutieren Sie mit oder ohne Beurteilungsspielraum. Das aber jetzt nicht für sich genommen eine freischwebende dogmatische Argumentation, die wäre ja im Ergebnis gar nicht relevant, weil wir hier nicht vor Gericht sind und es deswegen nicht darum geht, ob hier eine gerichtliche Kontrolldichte absolut ist oder ob die eingeschränkt ist, sondern es geht hier ja darum, hat die Stadt bei der Auslegung und Anwendung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs einen Fehler gemacht und dann, meine ich, kommt man auch wieder zu dem Ergebnis, dass sie halt nicht berücksichtigt hat, dass bei der Beurteilung des Bedürfnisses, bei der Bestimmung des Bedürfnisses auch die Elternrechte zu berücksichtigen sind. Ja, so würde ich meinen, läuft die überzeugendere Lösung. Sie können aber mit guten Gründen, denke ich, auch das Gegenteil vertreten und sagen, dass die entweder hier Kontra-Rechtsprechung einen Beurteilungsspielraum haben, müsste man aber entsprechend begründen. Muss man sich schon was einfallen lassen, aber die Rechtsprechung ist da auch ein bisschen im Fluss, aber eigentlich eher in die andere Richtung oder eher, dass sie sagen, ja, kein Beurteilungsspielraum, aber bei der reinen Beurteilung des Bedürfnisses hat sie korrekt gehandelt und hat implizit sozusagen den Gesamtumständen Rechnung getragen, auch wenn sie nicht explizit auf Elternrechte eingestiegen sind, aber das, worauf sich diese Elternrechte richten, nämlich zumutbare Entfernung, haben sie ja de facto schon berücksichtigt. Ich halte so eine Begründung auch für vertretbar. Wie so oft ist es wichtig, dass sie hier Problembewusstsein haben. Das Problem wurde ihnen vom Sachverhalt her auf den Tisch gelegt und dass sie da bei der Lösung des Problems dann methodisch richtig vorgehen und irgendwo überzeugend, nachvollziehbar argumentieren. So, dann kommen wir zu der Zusatzfrage. Die hat jetzt ein geringes Gewicht. Die ersten beiden Teile etwa gleichgewichtig. Hier jetzt nur noch Peanuts, aber bitte beachten Sie, die Peanuts, die können Ihnen auch noch mal eine Notenstufe verschaffen verschaffen oder auch sie kosten. Ja, gucken uns noch mal eben die Aufgabenstellung an. Aufgabe 3. Ach, das war hier oben. Unterstellen Sie, dass Sie in Aufgabe 1a bis c zu unterschiedlichen Lösungen gekommen sind hinsichtlich der Frage, ob ein VA vorliegt. Das müssen wir nicht nur unterstellen, das war auch tatsächlich so. Wie ist damit umzugehen, dass einerseits ein VA vorliegt und andererseits nicht? Begründen Sie Ihre Antwort. Wie ist damit umzugehen? Was meint diese Frage? Wie sollen wir denn damit umgehen? Gibt es eine Erklärung dafür? Geht das? Kann das sein, dass ein und dieselbe Maßnahme gegenüber der einen Personengruppe ein VA ist und gegenüber einer anderen nicht? Den Ball spiele ich Ihnen jetzt mal zu. Wie ist damit umzugehen? Sprich, kann eine Maßnahme unterschiedliche Wirkungen haben? Nämlich in der einen Richtung eine Rechtswirkung und in der anderen Richtung nicht. Kann eine Maßnahme bestimmte Personen in ihren Rechten betreffen? Klammer auf, Merkmal Außenwirkung und andere nicht. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein und man kann jetzt die Frage aufwerfen, muss es eine einheitliche VA-Qualität geben oder kann es eine gespaltene VA-Qualität geben beziehungsweise eine gespaltene oder eine gespaltene Betroffenheit. Vielleicht haben Sie, als Sie sich an die Aufgabe gesetzt haben, gedacht, hä, wieso? Also entweder es ist VA oder es ist kein VA, aber dass wir jetzt hier anfangen, nach Personen zu unterscheiden, das ist komisch. Das ist vielleicht so die erste Assoziation, aber wenn Sie mal darüber nachdenken, ist das natürlich immer so, dass beispielsweise eine Baugenehmigung gegenüber dem Bauherrn ein Verwaltungsakt ist und gegenüber völlig unbeteiligten Menschen in einer anderen Kommune keine Rechtswirkung hat. Natürlich ist es trotzdem eine Baugenehmigung, aber sie hat keine Wirkung denen gegenüber. Und so können wir im Grunde alle Verwaltungsakte durchgehen und das bringt uns eigentlich auch auf die Spur und das ist auch die Meinung, die die Rechtsprechung verfolgt, dass man sagt, das kann es schon geben. Diese gespaltene Wirkung, wie Sie das jetzt festmachen, da können Sie unterschiedliche Anknüpfungspunkte finden. Einerseits im 35, dass Sie sagen, es muss ja auf Außenwirkung gerichtet sein und die Zielrichtung meiner Maßnahme ist ja eine unterschiedliche. Ich habe hier eine Zielrichtung gegenüber Schüler, Zielrichtung gegenüber Eltern, eine indirekte Wirkung auch gegenüber den Lehrern, aber die sind nicht im Außenverhältnis betroffen. Und so können Sie schon sagen, die Zielrichtung ist eine unterschiedliche. Sie können auch anknüpfen an den 41 und 43, das heißt an die Bekanntgabe-Thematik und sagen, da steht ja im Gesetz, dass ein Verwaltungsakt dem Beteiligten bekannt zu geben ist, der von ihm betroffen wird. Und die Betroffenheit ist eine unterschiedliche. Manche sind betroffen, andere sind es nicht, manche sind unmittelbar, andere sind mittelbar betroffen. Auch das ist ein Argumentationsweg, wie Sie begründen können, dass es hier eine unterschiedliche Rechtswirkung gibt. Sie können dabei auch nochmal zurückgreifen auf das, was Sie argumentativ in Aufgabe 1 gemacht haben bei Regelung und Außenwirkung. Das war jetzt schon eine relativ offene und vielleicht auch etwas in die Dogmatik hineinführende Aufgabe, aber man konnte sie eigentlich mit Nachdenken an den Tatbeständen des 35 und vor allem des 41 und 43 ganz gut lösen. Ja, das war das Unboxing dieser Klausur, mal so als Resümee. Wir haben hier mal wieder eine kombinierte VA- und Rechtmäßigkeitsprüfung gehabt. Dass wir uns im Schulverhältnis bewegen, ist in gewisser Weise kalter Kaffee, das haben wir schon öfter gehabt und dass dort Außenwirkungsprobleme liegen, müsste allen bekannt sein. Die Ausdifferenzierung der drei Personengruppen ist vielleicht ungewohnt, aber natürlich ist in jeder Klausur immer etwas, was auch herausfordern soll. Sicherlich gut machbar so. Das Thema bei der Rechtmäßigkeitsprüfung mal keine Probleme in der formellen Rechtmäßigkeit. In der materiellen ja schon happig, wenn man es wirklich high-end lösen will, das war aber nicht das Anforderungsprofil, sondern es ging eher darum, den vom Sachverhalt zugespielten Ball aufzugreifen und daraus was zu machen. Auch das denke ich eigentlich ganz gut machbar. Ja, soweit dieses Unboxing dieser Schulauflösungsklausur. das das ist ist das das ist das ist